Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wo ist Bruce? Yo, ich hänge hier fest. So. Ich finde es schade, dass er Bruce heißt und nicht Boris. Wirklich, muss ich sagen, ich finde es schade. Aber, naja, ist dann halt so. Werden wir wohl mit leben müssen. So, da können wir nicht mehr weiter. Aber da hinten gab es noch irgendwie eine Möglichkeit weiter zu kommen. Wenn wir hier wieder runter gehen. Äh, ja. So. Wo müssen wir hin? Hier? Ne, hier nicht. Boah, ich frage mich, wie lange wir jetzt wirklich hier verbringen werden. Wir haben jetzt eine ganze Folge nur hier im unteren Teil verbracht. Und sind ja hier noch nicht fertig. Und dann gibt es oben noch eine ganze Stadt. Wo ich wirklich hoffe, dass wir da auch noch irgendwie weiterkommen. Also hinkommen. Was sind das? Ne Planke. Da war eine Planke. Plantation. Da müssen wir hin. Genau. Da hat er gefehlt. So. Ach so. Plantation. Werden wir das überleben? Okay, zum Glück. Nein. Wir haben... Wir haben keine Axt mit. Was ist denn das da? Erdbeeren. Erdbeeren. Erdbeersamen. Oh, wie geil. Erdbeeren. Ich hoffe, das überlegen wir. Nö, ich brauche ein Hebeband. Oh, alter. Äh, Kleberhörn. Haben wir ein. Aua. Okay. So. So. Okay, wo kriegen wir Klebeband? Noch mehr. Da hinten wahrscheinlich. Tanga Aroa Premium. Schade, dass ich die nicht mitnehmen kann, aber die sind wahrscheinlich schon alle. Hier. Da ist Klebeband. Da ist Klebeband. Okay. 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 Und. Jetzt. Okay. Wir haben drei Klebeband. Aber wir haben leider keine Axt mit. Leute, ich hätte das jetzt gerne mitgenommen. Weil. Oder warte. Wir holen uns eben eine Axt. Einmal ganz kurz. Weil, das wollen wir haben. Dann können wir auch eben die Samen von den Erdbeeren da einpflanzen. Und ich weiß jetzt nicht, was das für eine Pflanze ist. Aber ich vermute, wenn hier Erdbeeren gibt, dann sind das vielleicht irgendwie, keine Ahnung, auch andere Früchte, sage ich jetzt mal. So, dann hier hoch. Ich frage mich mal, was? Ja, okay, hier. Hier geht es zu Plantation Elevator. Vielleicht ist das dann gleich eine Abkürzung oder so. So, wo ist Boris? Äh, ne, Bruce. Okay, das haben wir geschafft. So. Ganz kurz die neuen Samen. Ne. Ah doch, warte. Hier. Einmal das rein. Dann können wir das Fleisch auch erstmal hier lagern. Genau. Komm, die Rüben lassen wir auch hier. Die Getränke lassen bei uns auf jeden Fall. Das Fleisch auch. Wir haben wieder sechs Schrott. Ne, hier nicht. Hier. Wir haben zu viele Steine. Aber auch ordentlich Leder wieder. Hier zapfen. Dann kommen die Samen. Packen wir erstmal. Genau, hier ist die Samenbank. Da. Ich probiere die Erdbänden getan. So, dann packen wir das hier hin. Ach, hier. Die Axt. Äh. Die braucht man nämlich ganz kurz. Jetzt bin ich gespannt, was das für Früchte sind. Äh, komm, Bruce. Bruce, lass mich. So. Da können wir immer noch hier rein. Also müssen wir hier rum. So. Dann war es hier, glaube ich, geradeaus. Dann müsste da hinten durch die andere Leiter sein. Genau, Plantation. Da. So, dann nochmal rum. Jetzt bin ich gespannt, was das für Früchte sind. Bananen. Aber jetzt keine Bananensamen. Dahinten ist aber noch was. Noch mehr Bananen. Okay. Bananensamen, ja. Okay, jetzt können wir auch Bananen anpflanzen. So. Da. Da haben wir... Nein, nicht runterfallen. Da haben wir Planken. Okay. Noch mehr Bananen. Geil. Noch mehr Bananensamen. Okay. Okay, das hier lohnt sich definitiv. Mit Schade, dass ich das hier nicht einsammeln kann, was auch immer das ist. Da ist noch zu. Hier sind wieder Erdbeeren. Ja, geil, Erdbeeren. Da ist noch nicht so, was auch immer das ist. Noch mal drei Klebebanden. So. Okay, gehen wir hier rum. Okay, noch mal drei Klebebanden finden. Ähm, okay, hier speichert's. Äh. Ähm. Okay. Da ist ein Roboter. Hier ist noch ein Roboter. Wir sind schon in der Stadt. Äh. Äh. Max Lenshoff. Founder of the Tangaroa Project. Savior of Earth's finest. The kid's name is Deto. How someone his age was able to reconstruct an engine like that? I'll never know. But now we've got the boat working. We'll be gathering up a few more survivors before we head off. The rafters either hit up at the apartment or left to see you. Yo. Okay. Ouch. Ah. Ah. Alter, was ist mit dem? Ah. Was? Schlüsselkarte? Was? Schlüsselkarte? Okay. Super. Äh. Ich weiß jetzt nur nicht, in welcher Seite mein Boot ist. Also mein Schiff. Aber anscheinend gibt es hier mehrere Ein- und Ausgänge. will ich die mal suchen und dann hier alle abholzen. Ja, die Palmblätter sind nicht das, was ich brauche. So, weg damit. Okay, wenn wir Holz brauchen und zwar ordentlich, wir gehen nach Tangaroa. Der hat mich jetzt nicht entdeckt, oder? Hier gibt es anscheinend viel Holz. Ich würde aber mal alle hier aufmachen. Dann hätten wir, egal von welcher Seite, immer wieder die Möglichkeit nochmal reinzukommen. oder zu Besuch zu kommen hier. Die Frage, die ich mir stelle ist, können wir eventuell in jedes einzelne Zimmer hier rein? Oder? Wohl eher weniger. Oder nur bestimmte Zimmer. Bestimmte Räume. Ich muss jetzt aber eben die Samen und die Früchte in Sicherheit bringen. und die Axt auch erstmal weg tun. Weil die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Da ist unser Schiff. So, da ist die abonische Maid. Da wollen wir hin. Gibt es da noch eine Tür? Ja, da vorne ist noch eine. Ne? Da sind schon mehrere Eingänge auf jeden Fall. Okay, nice. Einmal kurz an Bruce vorbei. Wo ist Bruce? Hieß nicht der eine Hai aus, äh, aus Philipp Nemo, nicht auch Bruce? Mit, äh, hier, wie geht das nochmal? Fische sind Freunde, kein Futter. Der hieß doch auch Bruce. So, was können wir jetzt hier einlagern? Lass mal einfach so. Alles, was hier rein kann. Die Bananen auch. So, was hier rein kann. Dann hier die Samenbank. So, dann hier noch die Axt. Ne, die hatten wir woanders glaube ich, oder? Dann packen wir das hier hin. Mit Werkzeug. So, und ali hopp. Diesmal hab ich Bruce erwischt. Diesmal hat er nicht uns erwischt, sondern wir ihn. So, wir gehen trotzdem noch einmal rum. Und es kann sein, dass hier vielleicht noch mehr Türen sind. Ne, doch nicht. Wir sind schon einmal im Kreis. Ich erinnere mich an die Statue da. Wann hätten wir hier jetzt alles? Oh, der lebt wieder. Ne. Bitte nicht. Das sieht so aus, sonst könnte man da irgendwie hoch. Ne? So. Der spricht sogar. Was sagt er denn? Ich will aber mit dem nichts zu tun haben. So, was haben wir hier? Da geht's hoch. Und da. Wir gehen hier hoch. Okay, ich frag mich, warum das hier so alles gemacht wurde. So, jetzt häng ich hier fest. Hm. Ah, da ist schon der nächste wieder. Komm, egal. Machen wir den kaputt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Was? Auch. Noch eine Schlüsselkarte? Okay. so wir haben jetzt zwei schlüsselkarten ich habe keine ahnung wie viele wir brauchen oder wofür wir die brauchen für irgendwas bestimmt hier ist natürlich kirk hat reader out of order please use elevator in plantation area da müssen wir ja noch hin irgendwie seaside barber ok können wir nicht hin was ist hiermit benutzen eine schlüsselkarte von tangaroha ok 0 sind wir hier können wir nur hier ok ok jetzt bin ich gespannt was finden wir hier alles so viele schöne sachen ich würde dann gerne alles mitnehmen so was haben wir hier gegenstand ein stein pfeil ok und gegarte kartoffeln nice ich habe ein klebeband ok was gibt es denn hier ah da oben leder scharnier glas bolzen titan jetzt nice sonst ist hier nix also was haben wir hier für ein badezug alter die badewanne hier gibt es sonst gar nichts nix nicht mal so einen müllwürfel dass wir zum handeln nutzen können nicht mal kleine seiten kleinigkeiten zum guten nicht mal eine notiz oder so wie cool unser schiff da hängt alter wie geil würde ich hier wirklich wohnen wollen was war das denn klebeband aufnehmen ah hier noch ein klebeband nice ok wir haben hier schon zwei klebebänder von drei hier badezimmer gibt es auch wieder nichts doch badezimmer sind die dinger die am wenigsten wird lohnt so echt coole aschenböcher wir sind vampir übrigens ok aber hier haben wir schon mal zwei klebebänder immerhin so dann suchen wir uns mal das nächste gebäude immerhin können wir da rein ok damit können wir nichts können wir hier rein ok hier nicht da haben wir wieder so einen freund founders society noch eine tanga rohr schlüsselkarte so wenn wir alle ausschalten hier ok den haben wir auch dann haben wir wieder drei karten so die frage ist wo können wir noch rein hier auch nicht so die frage ist woher Klavier! Einen Rucksack können wir kriegen. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Uns fehlt aber noch ein Klebeband. So, das hier dausend könnten wir rein. Okay. Nächste Hütte. Hier kommen wir nicht rein. Warum wir auch immer nicht das Treppenhaus nutzen können. Oh, wir können hier sogar zwei Etagen. Sechs und acht. So, dann müssen wir eben noch mal kurz was essen. So. Keine Gegner? Gut. Hier Klebeband, jetzt haben wir. Okay. Viel zu looten gibt es hier nicht. Noch ein Klebeband. Okay, jetzt haben wir einen mehr als wir brauchen. Okay, Seilrutsche. Gehe ich mal von aus. Hier haben wir wieder ein Badezimmer. Ich hoffe mir, dass wir hier irgendwo diese Münzen finden, damit wir uns das Klavier holen können. Boah. Alter. Alter. Hast du mich erschrocken? Yo. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass das Ding hier kommt. So. Leder und exklusives Pulver. Nice. Das heißt, wir können wieder hier Muni für unsere Netzkanone da bauen. Und wieder Schrott. Nice. Okay, sonst nichts. Okay, der hat hier nichts. Wo ging es nochmal raus? So, dann ab nach oben. In den sechsten Stock. Wir gehen wieder hier links rum. Schade, dass hier nicht diese Währung hier rumliegen. Hier haben wir einen Künstler. Okay. Da war doch gerade noch irgendwie. Da. So. Und noch ein Metallfall. Nice. Wir kriegen Muni. Ah, okay. Wir kommen gleich nochmal hier hin. Gehen wir erstmal hier rein. Okay, hier ist keiner an dieser Viecher. Hier haben wir Seife. Ich würde die Seife mitnehmen. Der hat hier keine Badewanne. Der muss, um sich zu waschen, wahrscheinlich zum Nachbarn gehen. Und noch ein Klebeband. Und noch ein Klebeband. Da außen haben wir eine Kiste. Und... Wir haben hier zweimal die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Und da ist noch eine Münze. Also wir müssen in dieses Gebäude hier wahrscheinlich zweimal rein. Toll. So, okay. Neuer Versuch, nach oben zu kommen. So, und nach oben. Dann machen wir zuerst die Seilerutsche. Die war ja hier. Die scheint einfacher zu sein. So. Rot nehmen wir mit. Wie? So, und... Boah, ich dachte, ich falle jetzt komplett runter. Ah, hier. Ah, noch ein Klebeband. Okay. Muss ich hier hin? Okay, hier weiter nach oben eher nicht. Da. Jo, alles klar. Dann suchen wir mal... ...en Weg runter. Einen sicheren. Okay, da kann man anscheinend auch noch hin. Oder wir suchen uns den Weg nach unten. In der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deus. Und... Ciao. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018